Schönen guten Tag, ich bin der Herr Neubauer, der Geschäftsführer der Desotec Schwerin GmbH, hier in der Bahnnetzer Straße 2 in Schwerin. Und nun zeige ich Ihnen einmal, was wir haben. So, hier sehen wir unsere moderne Hochglanzdecke in schwarz mit einem Sternenhimmel, den Sie aber auch in allen anderen Farben noch erhalten können. Und so sah die der heute Vormittag noch aus. Hier sehen wir nun eine klassische Variante mit einer Stuckleiste und einem indirekten Licht außenrum. Ihre bestehende Lampe können Sie selbstverständlich auch wieder benutzen. Selbstverständlich können wir auch Ihre eigenen Fotos für Ihre Wand- oder Deckengestaltung verwenden. Na, haben wir Sie neugierig gemacht, dann kommen Sie doch einfach vorbei. Ja, richtig. In der Bahnnetzer Straße 2 in Schwerin.